Hallo und herzlich Willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Es ist das 12. Dezember, d.h. das 12. Advent-Kaneler-Video hier auf meinem Kanal. Wir zeichnen heute die altbekannte Show. Tom & Jerry habe ich immer früher bei der Oma geschaut. Eine Legendenserie, musste auf jeden Fall hier dabei sein. Und deswegen würde ich sagen, wir verlieren gar keine Zeit. Und fahren direkt an los geht's. Ich war mal wieder massive inkompetent und habe es nicht geschafft. Oder habe es zumindest vergessen halt, den Autofokus abzudrehen. Deswegen, ja, seht ihr jetzt. Groß hält nur meine Haare und deswegen werde ich auch nicht viel erklären heute. Sondern euch das einfach als Timelips abspielen. Sorry dafür. Viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. So, mittlerweile bin ich fertig mit der normalen Zeichnung. Jetzt werde ich heute mal ohne Farbe machen, sondern einfach nur mit Schwarz und Weiß. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie hat es mir in der Situation einfach besser gepasst. Ja, ihr seht sich selber. Also ich mache jetzt ein paar Schatten rein und mal das ganze Grau an und dann sehen wir uns wieder. Nicht nur beim ersten Clip, sondern auch beim zweiten habe ich wieder nicht geschafft den Autofokus abzudrehen. Deswegen wird meine Haube anfokussiert und das Trichert mich dezent. Deswegen, ja, werde ich das Video an der Stelle einfach beenden. Sorry dafür nochmal. Schaltet euch morgen wieder ein. Das morgige Video wird wieder ganz normal sein wie alle Adventskalender Videos. Ähm, aber trotzdem danke fürs Anschauen. Ähm, und ja, schaut euch auf jeden Fall das Video morgen an. Ciao. Ciao. Ciao.